Wir haben folgende Kugelaufgaben. Ich habe hier ein Koordinatensystem, x1, x2, x3. Die Kugel liegt symmetrisch zur x3-Achse, also muss die irgendwie so liegen, dass die x3-Achse durch den Mittelpunkt geht. Damit weiß ich, dass der Mittelpunkt der Kugel nicht ein m1, m2, m3 ist. Weil ich weiß, die Kugel hat nur 0, 0, m3 oder einfach nur 0, 0, m3, weil ich diesen Mittelpunkt hier rauf und runter schieben kann. Dann ist bei der Aufgabe gegeben, r ist 5 und der Punkt p, was haben wir da? 4, Wurzel, 8, 6 ist drauf. 4, Wurzel, 8, 6 liegt da drauf. Mit diesem Wissen können wir jetzt eine Kugelgleichung aufstellen und dann den Punkt p einsetzen. Also Kugelgleichung ist ja immer x1-m1² plus x2-m2² plus x3-m3² ist r². Also in dem Fall x1-0, also einfach nur x1² plus x2² plus x3-6. 6, haben wir das? Ne, m, stopp. Hier m, Klammer zu zum Quadrat gleich 5². Gut, und da wird jetzt der 4er hier eingesetzt und der Wurzel 8 wird da eingesetzt und die 6 wird dort eingesetzt. Und ich erhalte eine Gleichung 16 plus 8 plus 6 minus m² gleich 25. Und das ist eine quadratische Gleichung, wie man sie in der 9. Klasse hat. Aufräumen, auflösen, also jetzt hier das Binom nicht vergessen, ja, dann mache ich es jetzt einmal doch. Also 16 plus 8 plus. Ich habe hier ein Plus vor der Klammer, deswegen kein Stress. 36 minus 12m plus m² gleich 25, ja, das war's binomische Formel. Jetzt sauber machen und dann bekomme ich, Moment, hier so, m² minus 12m plus 35 ist 0. Und jetzt die Mitternachtsformel. m1 gleich 5, m2 gleich 7, also es gibt zwei mögliche Lösungen. Also immer der Mittelpunkt ist jetzt 0, 0 und 5 oder 0, 0, 7 und der Radius war 5. Und diese beiden Kugeln würden die Aufgabe erfüllen, genau.